und da sind wir auch wieder ja jetzt noch falsch du sitzt jetzt sehr schön jetzt wieder richtig so es ist weihnachten ja und wir haben heißes wasser wir haben heißes wasser passt ja endlich ist weihnachten mit heißem wasser ein ist unrealistisch oder nein doch heißt das wasser friert doch schneller zu das taut alles auf ein wimmelbild so mais maske mais habe ich schon gesehen was naja schon lesen ja ich wollte so im weissen du jetzt noch eine maske gesehen habe ich nicht ja was größte meist gesehen also ich habe ja die maske müssen wir schon ein bisschen zuhören ja ja was der bummerang vor allen dingen ja hast du nicht so rollschuhe rose müssen wir auch noch finden also jetzt müssen wir um die zusammenbauen wahrscheinlich ach hier ist ein rollschuh und der war ja klein fürs kind die 81 9x9 oh jetzt hast du was aufgedeckt ja aber das bringt mir jetzt nicht oder brauche ich das noch mal zu jetzt wieder auf ja die hose hast du da stimmt wenn das jetzt wieder zu machst und das andere aufmachst dann kannst du den bummerang da wegnehmen stimmt schön da haben wir das schon mal ja die 81 da brauchen wir einen stift ja der liegt dort und dann schreit mal 9 sei froh dass du mich dabei hat ist weil du kannst ja ich hab vorhin schon draufgeklebt aber ging ja nicht na klar ja okay ein spiegel ist dann noch das eine ist da wo man ein bisschen schauen müssen wo das ist stimmt aber wir brauchen noch hazelnuts haselnüsse habe ich ja gesagt ja ja aber siehst du ja natürlich nee das sind keine stimmt das sind ok aber man kann ja mal draufklicken schuhe haben wir auch noch irgendwo die mal brauchen ein schaukelpferd können wir hier im geschenk am ende aufmachen ne oder zwegeschenk? ach Fähnerspitzengefühl hier Papierschiff das muss auch so irgendwo rumhängen ja Fähnerspitzengefühl was hilft uns hier mit Fähnerspitzengefühl was Fähnerspitzengefühl? ja das könnte etwas Fähnerspitzengefühl erfordern achso ja klar vielleicht ein spiegel aber ich weiß es noch nicht was wir dafür nehmen könnten Nähnadel Oh hier ist dieses diese Flaschen die du ziehen kannst Genau da kann man an dir ziehen Äh ja Ja Siehst du jetzt hier? Ich suche Münzen erstmal und so Aber Na siehste Und ein Schuh nur sind keine Schuhe Sondern ein Schuh Da wär ich mir jetzt auch nicht so sicher Ja ich würd noch leiser reden Ja Das ist dann immer wenn ich um welche Guck mal da und jetzt das Herz da drauf und dann ist Feierabend Was haben wir jetzt? Einen Spiegel Natürlich das war ja einfach Da ist der Schuh Sehr schön Aber jetzt fehlen uns die Haselnüsse und die Maske Henryyyy Maske Das hat uns jetzt überhaupt nicht weiter gehelfen Na ich dachte aber Vielleicht kannst du auch mal mitmachen Immer muss ich das hier steuern Was steuern? Nur das hier. Ich steuere total. Oh Gott, die Schublade. Jetzt mache ich sie wieder zu. Jetzt gucke ich beim Eis. Schaugefährt. Ähm. Mhm. Siehst du hier noch was? Ich sehe ein Wimmelbild. Ja, haha. Hier sind die Haselnüsse. Und dafür müssen wir diese kackige Maske. Ja. Wo ich es noch nicht weiss. Das war auch ein Sinn. Eine Maske. Eine Maske kann ja unterschiedlich aussehen. Ja. Henry. Das könnte sie sein. Wahnsinn. Ich habe das ganze Zeit gesehen. Du hast eine Schneeflocke. Schön. Ja. Und äh. Was für ein Pfund. Gut. Die Münzen. Das war ganz easy. Ach, die Münzen. Die können wir ja hier hinwerfen. Ein Knochen. Äh. Der guckt sehr. Irgendwie ironisch. Der Schuhputz. Und der hat selbst kein vernünftiges Paar Schuhe. Ja. Schön. Was kriegen wir jetzt? Vielleicht können wir ihm die Steckelschuhe schenken. Aber naja. Ich glaube erstmal nichts. Den Knochen können wir jetzt drin verwenden. Kann ich mich noch dran erinnern. Stimmt. Tu es mal ins Hunde-Näppel. Easy. Jetzt können wir hier hinter. Oh. Oh. Sobald ich die Mühle in Gang gesetzt habe, werde ich den Salzstreuer brauchen. Okay. Brauchst du den Fropen da? Nö. Nö. Dieses Schießpulver ist für ein Feuerwerk gedacht. Aber ich habe da eine andere Idee. Zwei Feuerwerke? Ich weiß es nicht. Äh. Ja. Wir brauchen... Ne. Wir hatten... Irgendwo war noch eine Sonne. Ne. Die Sonne war bei der Laterne. Und wir haben die Streichhölzer noch. Aber ob uns das jetzt was bringt? Warte mal. Können wir hier irgendwas... Ach. Ja, den Aufhebeln. Zum Aufpobeln. Genau. Schön. Damit ergibt das alles fast... Keinen Sinn. Keinen Sinn. Genau. Da können wir den da schön einsetzen. Und kriegen eine Axt. Und da unten, da fehlt noch ein Schlüssel. Haben wir einen Schlüssel? Nö. Wir hatten doch mal so einen Axt. Ach, den Aftziehschlüssel war das. Ja, ja. Das war für den Teddy Bear. Aber für was brauchen wir die Axt? Zum Auf-Axten. Ne, hierfür nicht. Ne. Genau. Ja. Ah, ich hätte eine Idee. Ja? Ja. Guck mal, da rechts der Baum, der umgefallen ist. Vielleicht können wir damit... Ja. Boom. Schön macht das, oder? Ja. Mach ich auch immer. Ja. So. Ja, mit dem A-M-Schlag. Hä? Wo ist denn jetzt dein Problem? Guck dir mal an, wie einfach das doch eigentlich ist. Oh ja. Die Schule. Oh. Ach, du Kacke. Onkel Strouche hat vor vielen Jahren in der Schule gelernt. Nun ist sie verwaist. Ich hab Angst. Ja, passt schon. Der böse Scrooge kann auch den ja animieren. Das ist nicht gut. Ja, dachte mir. So, hier fehlt wieder eine Rosette. Hm? Interessant. Guck mal hier. Äh. Korken. Ein Rad. Vielleicht für die Mühle. Was kannst du hier noch machen? Benötet ihr den Griff. Aha. Ja, sowas haben wir nicht. Ja, bloß Bonbons. Ne? Geno? Ah. Ich brauche das Kartenstück. Egal ob nass oder trocken. Dann holst du dir doch raus. Da ist etwas befechtigt. Und hier bei dem da ist ja Schnee. Ja, aber kann er nie dort reingreifen? Oder? Ich weiß es nicht. Blaue Schneeflocke. Naja. Hier kann er nicht reingreifen. Mit der Flöte kriegst du bestimmt den Typen später wieder weg. Aber dazu brauchen wir ja noch was. Ähm. Was gibt's hier noch? Anna, siehst du, da haben wir das mit der Flöte auch schon erledigt. Ach stimmt. Dann nehmen wir jetzt das. Den Akku. Ne, erst dort draufklicken auf die unfärtsche Flöte. Und jetzt machen wir das. Genau. Flatsch. Achso, einfach ist eine Flöte herzustellen. Also bitte dich. Ach, das ist gut zu wissen. Ja. Jetzt haben wir eine Flöte. Ja. Und die Flöte, gehen den? Nö. Nö. Achso. Aber den Fisch hilft das uns auch nicht. Ne, glaube ich auch nicht so. Und hier fehlt uns... Da ist jemand außen und der Vogel, der sitzt auf dem Baum. Ah, stimmt. Oh. Auf dem Rücken der Bücher stehen Zahlen. Wenn ich einen Hinweis zur richtigen Abfolge finde, kann ich sie neu anordnen. Ja. Na ja. Wird schon irgendwann. Ja. Wir haben... Äh. Da unten hast du noch was unter dem Regal. Da guckt, wie da was raus stimmt. Stimmt. Ich hände die Geschichte von der Maus, die die Melodie einer Flöte fällt. Und... Ja. Ja. Das ist ja schon gut. Schööööön. Das ist ein Rasiermesser. Und... Ein Stück... Was? Karte. Ja. Oh, warte mal. Ne. Ne, da fehlt natürlich was. Das sieht man doch. Und da oben kannst du beim Globus das schon einsetzen. Stimmt, das ist ja ein Globus-Teil. Und da, dass du dich ja so gut auskennst... Habe ich das gleich richtig gemacht. Hast du das gleich richtig gesetzt? Schön. Wenn ich die Formel abwische, sehe ich vielleicht ein Kotmuster. Was? Wenn ich die Formel abwische. Mit dem Rasierer. Ja, gut. Ja, gut. Komm, bestimmt ein Schwamm oder so. Irgendwann mal zu Tage. Da können wir dann mehr dort sehen. Irgendwann. Ja, hier sieht es dann erstmal auch schon... Außer den Teppich hast du noch nie angeklickt. Warte, warte. Ich habe noch... Ein Rasiermesser für den Fisch. Achso. Nee, hier für die Bändel. Stimmt. Da haben wir hier den... Den Lefkuchenmann. Ach ja, der kommt ins Haus. Jetzt muss ich unten in den Teppich... Ach nee, den hatte ich doch schon angeklickt. Ah, dachte ich. Nee, okay. Also muss ich jetzt hier hin. Und den Böhm. Und der öffnet sich jetzt bestimmt. Das ist... Da haben wir den Lukengriff. Gehen wir wieder in die Schule? Ja. Ein Hin und Her hier. Wahnsinn. Ähm... So, jetzt hast du es zu tun. Ach nee. Warte mal, ich muss jetzt erstmal... Das... Kann ich nicht verschieben. Ich muss das... Was muss ich hier tun? Guck da auf Info. Info. Lasse das Juwel auf dem Boden des Spielfeldes fallen. Wieder die goldenen Hebel an den Rändern aus, um die Steine zu verschieben und eine freie Stelle zu schaffen, in die das Juwel fallen kann. Das ist ja der Wahnsinn. Ist das ja nicht ein bisschen zufällig eher? Quatsch. Ja, jetzt wird es natürlich einfacher. Ist nie zufällig. Ich mache das hier per Zufallskonzepfizit. Siehst du ja, wie es klappt? Na, bis jetzt überhaupt nicht. So. Geht nie weiter. Wenn er rot ist, ist Schluss. So. Man geht dann zur Seite. Aha. Und geht auch nicht mehr. Ah, doch. Doch, doch. Das machst du schon. Der Enes ist überhaupt nicht total zugebaut. Der macht sein Ding irgendwann. Na, jetzt wieder zurück, die ganze Scheiße. Na, dann wünsche ich dir ja richtig viel Spaß jetzt hier. Äh, was? Ich hasse es euch jetzt. Warte mal, wenn... Wie bist du jetzt... Kommst du jetzt nicht weiter, kann das sein? Nee, ich verstehe ja aber auch kein Prinzip so richtig. Na, jedes kann unterschiedlich weit gehen. Welches? Na, diese Dinger. Diese Reihen. Ja, aber... Könnte ich hier nicht noch irgendwas machen? Also, irgendwie finde ich ist... Oh. Irgendwie bist du da so gerade ein bisschen, äh... Hä? Na doch. Festgefahren. Ich würde nochmal auf neu gehen. Ich würde nochmal auf neu? Jo. So. Na, jetzt viel Spaß. Sehr gut. Sehr gut. Nicht links. Sehr gut. Jetzt bist du wieder an derselben Stelle fast. Nee, weil da geht's ja nie. Ach so. Das ist ja hinten rot. Wie kommt man denn da jetzt wieder rum? Jetzt hab ich hier das schon mal ins Grunde bekommen. Sehr gut. Genau. Ja, ja. Geh nochmal. Nee, weil da rüber dient sie nicht. Doch. Nee, aber bring mich wegen dem Diamanten da. Weil irgendwie kriegst du den da ja nicht mal weg. Doch, den kriegt man noch. Wirst du sehen. Irgendwann. Hm, ja eben. Stopp. Hm. Immer zu weit so? Nee, geht jetzt nicht mal. Jetzt hat sich ja alles wieder verschoben. Ja. Jetzt nochmal ins Grunde? Ja, ja. Weiter. Weiter. Jo. Super. Ist ja auch ein Scheißspiel, oder? Quatsch. Das macht voll Spaß. Denkst du jetzt wieder fest zufällig? Das wäre ja albern. Nee, ich müsste... Eigentlich müsste es immer eine Lösung geben. Ja. Ah. Ach, sehr schön. Tja, das musst du da unten halt sehen. Schön. Ja, aber da... Das musst du da unten irgendwie zusehen. Ja. Ja. Noch nicht. So. Das macht Freude so nicht hier. Das zum heutigen Tage. Aber was soll's. Irgendwas ist ja immer... Oh, jetzt haben sich zwei bewegt. Wahnsinn. Wow. Das ist ja das oberste Konzentrieren. Jawoll. Und schon hast du es nicht. Das ist so spannend, meine Damen und Herren. Das internationale Klötzchen bei Wegwerfen. So, jetzt hat sich schon mal wieder... Wahnsinn, ey. Was du hier so alles... Das ist ein super Spiel. Und ich hoffe, da geht nur drei Runden. Du bist ja jetzt schon fast in der Mitte. Wahnsinn. Das Spiel ist da echt genial. Oh, schön. Oh, jetzt wird's. Jetzt sehe ich, dass das nicht stimmt. Oh, das ist natürlich eine Konstellation. Die hat nie jeder. Jetzt sei ruhig einfach... Oh, der war gut. Ja. Oh, der erst. Jetzt hast du nämlich Diamond on Diamond. Das ist ein Verfahren... Das ist echt krass. Oh, jetzt sind die auch alle in einer Linie. Krass. Ob uns das jetzt weiterhilft? Oh. Oh. Blieb runter. Moment, jetzt muss ich... Das? Nee. Ah, Ends haben wir versenkt. Geplumpst. Schöpfe versenken. Tja. Aber... Es ist aber ein Schei... Sagt man nicht, ich weiß. Ein echt schönes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich... Nee, in die Richtung. Ha. Oh. Ja, das halte ich nicht. Jetzt will man nochmal... Nicht in die Richtung. Sondern... Hä. Tja, die musst du jetzt natürlich auch noch mal kriegen, Mama. Ja, ja. Aber wie? Das weiß ich auch noch nicht. Hast du die anderen auch hingekriegt? Hab dich nicht so. Ja, ich weiß auch noch. Wie? So. So. Jetzt schiebst du den wie den anderen rum. Genau. Mal? Das weiß ich nicht. Ja, ja. Jetzt muss ich ganz nach rechts. Jep, da hast du es jetzt immer nach links und fertig ist der Salat. Oh, wir haben es. Was steht da? Geist der vergangenen Weihnacht. Schön. Oh, ein Kescher. Ja, da können wir den Vogel holen. Hä? Ein zerlegtes Katapult. Gut, da haben wir ja schon mal ganz schön viel mitgenommen. Ja. Da können wir ja jetzt uns erstmal darum kümmern. Was ist jetzt dem Vogel holen? Hä? Oder was, Minz? Was soll ich? Ich weiß nicht, ob du den jetzt kriegst. Ach, mit dem Kescher kriege ich doch den Fisch, ja. Ne, beziehungsweise die Karte. Ja. Was willst du mit dem Fisch? Wiss ich nicht. Und welches Land ist es? Welcher Kontinent? Äh, Südamerika. Wahnsinn. Ja. Wusste ich. Oh. Hm. Ah. Ich glaube nicht, dass der Wein in der Schule erlaubt war. Na, warum nimmt es denn die mit? Das ist doch raus. Wie ist es der Schule? Ich hätte genau mit, genau. So, dann gehen wir in die Kneipe und dann können wir den Korschen sehen. Vielleicht kriegt man das hier drauf? Den Korschen erstmal sehen. Oh oh. Ein Salzstreuer jetzt? Ich weiß nicht, für was der Salzstreuer gut sein soll. Jawohl. Boom. Was ist denn das hier? Ein Horn. Das können wir jetzt zum Füllen. Hä? Ein Horn mit Schießpulver. Das können wir anzünden. Äh. Ah, da können wir das Horn. Da ist Schießpulver rein. Ah. Wieder zu. Wieder zu. Wenn das Katapult schussbereit ist, kann ich den Ritter animieren. Ja, aber wo muss es hin? Müssen wir irgendwo was zerdeppern? Ich weiß es noch nicht. Genau, dann ist er sicher. Musst man hier, muss man nicht. Den? Ja. So, den Ritter jetzt. Mit dem hier. Genau. I'm a mighty warrior. Ja, ja. Ha! Take that! Du bist so gut. Take that! Jetzt geht's hier an den Wollkruz. So, und jetzt? Ohne Rad habe ich dich nicht. Das Rad hast du ja. Ach so, stimmt. Das ist nämlich King. Oh! Schön. Das tun wir jetzt hier rein. Ja. Und go! Ohne Feuer hat man. Ah. Aber alles da. Alles da. So, und jetzt voll auf den Penner da. So. Ja. Weggebröselt. Ist er. Warum nicht? Blau, gelb, alle Farben der Welt. Ein Sieg für unsere Seite. Ja, wir sind durch mit dem Spiel. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Oh mein Gott. Es steht hierzu. Haha, catch me. Fand mich doch. Ich bin ja... Was bin ich hintergegangen? Habe ich den gelesen. Aha. Schön. Ach so, war ich jetzt zu schnell für dich? Nö. M-m. Okay. Ach so, nö. Falsch. Ja, ich würde sagen, mit dem Bild. Ja. Machen wir das nächste Mal weiter. Genau. Wenn es wieder heißt... Da bist du wieder dran. Wimmel! Bis dann. Ciao.